Also es gibt heute tatsächlich was Neues, was wirklich sehr sehr cool ist und ein paar seltenere Sachen. Wir schauen direkt mal rein und oben sieht man noch, ist irgendwie noch komplett geblieben. Also hier ist alles wirklich da, Coachella auch noch geblieben, wie man sieht. Also hier ist wirklich noch verdammt viel Zeug oben. Ich glaube, hier hat sich gar nichts verändert. TwitchCon Champions Paket. Das ist cool, dass es das einfach für die TwitchCon gibt. Jedenfalls ist hier einmal der Glitch Skin nach 162 Tagen zurück. Die Hacke ist 137 Tage her, Falke ist 11 Tage her und das Emote hier 2 Monate. Ja, ist ein ganz okayes Paket. Darunter hat er Weakon noch geblieben, Avatar auch. Und mal gucken, so langsam müssten wir gleich zu etwas Neuem kommen, dass immer schon Knochen coolen ist. Und jetzt hört genau hin. Ja, ich kann es natürlich nicht so lange zeigen, aber das ist ein sehr sehr bekanntes Lied. Und zwar von Imagine Dragons Bones. Das ist hier das Lied und das ist echt sehr sehr berühmt. Dazu gibt es jetzt hier passend dieses Emote mit der Musik. Sehr sehr cool. Ich glaube auch der Tanz kommt von TikTok. Ja, daneben hier die Sachen kann man sagen, sind nicht besonders bis auf der Überschall. Der war 181 Tage nicht hier. Darunter gibt es hier nochmal, ich sage mal diese Standardskins in so einem Kriegerlook. Und diesen haben wir nochmal zurück nach 346 Tagen bis auf der Weißkinder war vor kurzem schon mal hier. Darunter, LeWhip-Paket. Auch nichts Besonderes. 278 Tage aber her. Und das ist ja noch relativ neu. Okay, Jade-Raserin. 308 Tage her. Ewige Wandererinnen. 396 Tage her. Erster Schlag ist 400 Tage her. Ich glaube da jetzt eher Schlagprofi. Genau, ja. Vier Tage war er nicht hier. Rogue-Bin-Avigate war 152 Tage nicht hier. Tigerkrallen. 308 Tage auch nicht hier gewesen. Und Glitter 150 Tage her. Also auch hier wieder echt seltene Sachen bei. Ich habe da drunter verwiegende Duellanten und der ganze Rest hier untern Monat nur her. Jetzt ist es aber wirklich krass. Earth Day. Hier gibt es so eine kleine neue Sektion. Und hier gibt es ja dieses fatale Feldarbeit-Paket. Das wurde tatsächlich neu zusammengestellt und die Sachen hier drinnen sind ultra selten. Also erstmal das Skyn hier oben und der Heumichel beide nicht besonders. Strohling. 501 Tage her. Und so ein Spost war 315 Tage nicht hier. Ja, es ist okay. Ja, es ist auch krasser. Goldgräber, monatlang. Und diese Tiefflugtraktor, diese Gleiter hier. Der war 1033 Tage nicht hier. Das ist wirklich ultra selten gewesen. Mit einer der seltensten Gleiter kann man sagen. 1033 Tage lang konnte man nicht holen. Ja, und der ist jetzt zurückgekommen, weil es das alles halt hier auch in diesem Paket gibt. Der Gleiter war selten. Wer den hatte, da tut mir schon ein bisschen leid. Konnte man jetzt knappe drei Jahre lang nicht holen. Ja, da runter sieht man schon. Jamsong ist alle noch geblieben, weil sie jetzt erstmal nichts mehr Besonderes. Aber dennoch echt krasser Shop. Neues Ikonomode, paar seltene Sachen. Echt nice gemacht. Ja, und das war es im Grunde auch schon.